Hallo und herzlich willkommen zu The Crew, zusammen mit The Nis. Jo, servus Leute, mit Nis am 370Z. Das wollte ich schon die ganze Zeit sagen, aber irgendwie sag ich aus Reflex einfach immer Markus. Jo, ist ja kein Problem. Wir sind, ja, wir haben jetzt eine Mission direkt in Chicago, wenn ich mich nicht täusche. Ja, wir sollen irgendeinen Europa wagen, halt, ihr habt das jetzt nur so gerade beim Starten wieder mitbekommen. Jo, ich glaube ich holen. Bist du jetzt der Voller gegengefahren? Ja, der Zaun hier ist scheinbar undurchlässig. Die meisten Zäune gehen, ja. Ah, wir sind schon hier. Wir bohrten uns immer schon im Endeffekt, sind ein bisschen in der Nähe und dann gerade wenn wir so am Badende sind, ist das bohrten gleich ganz okay. Das sind 13 Folgen, äh, 12 Kilometer, ne? Richtig weit. Rennen jetzt? Ja. Hä? Ich hab zwei Navi-Ziele, lol. Du hast abgebrochen. Okay, dann fahr mich mal da, äh, dann sag mir mal, wo das ist. Watt. Noch einmal, spiel mit der Crew. Du musst annehmen, Mission nicht freigeschalten. Ah, okay, du hast die Mission nicht freigeschalten. Aber wahrscheinlich, weil für mich das letzte Rennen da nicht mehr gewonnen war, weil die Synchronisation weg war. Ist blöd. Aber dann würde ich sagen, machen wir es noch einmal, oder? Oh. Oh. Du musst, ja, musst du aber hinmachen. Weil ich hab dort jetzt kein, keins in der Nähe. Ich muss mal gucken, wie ich da hinkomme. Taschen. Ja. Ich hab ein anderes Ziel mit Ausrufezeichen. Naja, probier mal. Ja, ich hol mir jetzt das Monument da vorne mal halt. Schau mal, dass du hingehst, lad mich dann ein und dann schauen wir mal, wie das ausschaut. Jo. Was? Okay. Kann ich annehmen. Und was ist das für eine Mission? Ist das eine andere? Ne, das ist nochmal genau dieselbe. Was die mal vorher jetzt gerade gefahren sind. Ja. Das Problem ist immer, wenn ich mit Abstand gewinne, verliert er danach die Synchronisation. Na, auch wenn du, du hast jetzt keinen Abstand, die du jetzt wirklich gehabt hast. Ja, aber trotzdem hat das ein bisschen gedauert, bis diese Zeit, die läuft ja dann immer noch runter. Ja, aber wir werden's schon machen, die machen wir schon. Jetzt bin ich um fünf Punkte besser noch. Ja, ich weiß, mir hat sich ja nix getan. Aber ich starte auf der rechten Position. Diana zieht ganz schön voran. Sorry, guten. Wow. Komplett raus, sie. Du kannst so schnell, du hast so viel Hubraum, dass du so schnell wieder auf die Geschwindigkeit oben bist. Da bist du drüber gefahren das letzte Mal, oder? Ach, du durch den Checkpoint, ich fahr gleich weiter. Vielleicht zählt das. Zeigst der dir auf der Karte noch den Checkpoint an? Ja. Okay, dann wirst du gleich letzter sein, schätze ich. Genau. Nein, ich hab mich zurücksetzt. Okay, das kann ich vergessen, das Rennen. Schaffst du es noch bei der ersten A, oder? Ja, ich bin dran, aber ich weiß nicht, ob ich ihn hole. Ich bin erster. Okay, cool. Dann brich... Ah, scheiße, dann sollte ich... Blöd, jetzt verlierst du wieder Synchronisation, oder wie? Aber meistens ist das immer am Ende des Bartes. Wie wenn die das wissen, denn? Ne, das ist meistens immer am Ende des Rennens, wenn ich da stehe und warte. Ja, aber wir haben ja auch ab und zu... Nein, das kann doch nicht sein. Nein, das Spiel ist halt ein Jahr in der Beta. Ja, so ungefähr voriges Jahr hätte es rausgekommen sollen im Herbst. Da wollte ich es ja schon machen. Ja, jetzt ist er wieder vorbei. Ja, ich bin jetzt halt irgendwo. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe mehr. Bin ich viel zu weit weg. War jetzt auch katastrophal. 100 Meter vorne. Zieh mich gerade mit Nitro-Millimeter für Millimeter voran. Ne, 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 das geht nicht, aber das geht und das geht gut und da habe ich gewonnen. Kann ich das abbrechen auch? Keine Ahnung. Wahrscheinlich geht jetzt ja eh wieder die Verbindung flöten. Nein, das glaube ich nicht. Das war immer derweil, nur am Ende des Bartes. Nein, ist komisch. Ich weiß auch nicht, wer das soll. Ja, ich fahre was zusammen jetzt auch noch. War jetzt einfach nicht ins Ziel, oder? Nein, ich fahre ins Ziel. Du hast noch 5 Sekunden. Ja, ich fahre nicht kurz davor gestanden, habe mich ja bei Ramble 360 Grad gedreht. Kurz. Und, wie schaut's aus? Und, ich hab Silber. Ich hab Bronze. In Bugs umwandeln. 6 Bugs bekommen. 4 Bugs bekommen. Fortfahren. Rückkehr zum freien Fahren. Und, wo sind wir jetzt? Bin ich jetzt in Chicago noch, oder nicht? Ja, das habe ich schon gehabt. Letztes. Oh, Tattoo schon sicher. Top. So, ich würde aber jetzt sagen, jetzt machen wir aber die Mission in der Stadt. Ja. Da springen wir aber hin, würde ich sagen. Ja, ja. War jetzt ein bisschen weit sonst. Spitzreise. Oma, ne? Heißt sie? Nein, die Oma-Mission haben wir schon gemacht. Lautschutzzone. Okay. Kannst du das jetzt annehmen? Nein, du hast es wieder nicht. Dann hat die Oma-Mission vorher bei denen auch nicht zählt. War die mit dem Flughafen in Las Vegas. Ja, wahrscheinlich alles, was der nicht richtig synchronisiert. Ist natürlich nicht, ne? Machen wir es halt noch einmal. Ist ja kein Problem. Aber dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir es überspringen relativ schnell, die ganzen Dinge. Ja, das ist irgendwie... So kann das ja eigentlich nicht sein, ne? Keine Ahnung. Jetzt fliegen wir nach Las Vegas. Es ist die... Aber ich hab's bei der ersten Aufnahmesession, weiß ich, wo wir die drei Parts noch aufgenommen haben. Ja. Da bin ich ja auch einmal geflogen. Ja, irgendwie ist das ganz eigenartig. Kann das sein, dass das mit dem Crew Leader nicht passt? Dass wer der Crew Leader ist? Dass der synchronisiert richtig und der andere nicht? Letztes Mal hast du die Crew aufgemacht. Kann sein. So, überspringen. Überspringen, ne? Willst du mir gleich nochmal was überspringen? Ach, das sind wir da... Das ist auch das Offroad-Rennen, das Langsame. Ja. Überspringen? Ja, ist aber irgendwie... Weiß nicht, das kann nicht sein, ne? Bei einem Spiel, was halt einem Jahr spielbar ist. Ja, es ist ein bisschen komisch. Boah, ich hab jetzt auf die Bremse drückt. Ich bin ein Idiot. Boah, der Innenraum sieht bei dem Ding geil aus. Boah, jetzt eh mal innen in Ansicht. Ja. Der schaltet ab und zu nachher auf die... Irgendwelche... Auf der rechten Seite. Nein, ich kann innen in Ansicht überhaupt nicht fahren. Seh dann überhaupt nicht, wo ich hin muss. Und du bist jetzt ein bisschen rechts hinaus. Soll ich dich vielleicht gewinnen? Ja, war ein Stein. Ja, und wieder gegen den Stein. Ich wurde direkt vor den Stein gesetzt, beim Zurücksetzen. Ja. Soll ich es probieren zu gewinnen, oder machen wir gleich, wie ich starte? Ja, gewinnen. Muss ja nur einer gewinnen. Ja, ja. Und so schwer war das Rennen ja vorhin, nicht? Solltest du ja eigentlich schaffen. Ja, ich bin eh schon die erste. Ja. 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 Da drüben. Äh. Äh. Wow. Komm bitte auf die Straße, aber sonst... Ach, ich bin eh so weit vorne. Aber ich führe mich auch nochmal von hinten durchs Feld. auch wenn ich ordentlich verloren habe bei den steinen gedöhnen soll ich bin durch das auto gefällt mir ist langsam der 370 das ist aber der gegner von mir war gerade 370 das kann schon sein okay überspringen deswegen hat auch der eine die eine mission davor nicht funktioniert weil du sie noch nicht gehabt hast das ist jetzt die folge mission aber die ganzen dialoge hatte ich alle schon ja komisch holt gold ist immer gut ein auspuff auf bremskraft du seien es nur warten auf grünleiter ja ich bin der kratzer und rückkehr zum freien fahren wahrscheinlich brauche ich ein bisserl länger zum laden du kannst überspringen so und jetzt aber schauen wir dass man die mission da könnte man jetzt hinfahren das ist nicht so weit jetzt mein weg also ich habe ihn auf den wegpunkt gleich dort ich glaube ich zumindest so und dort oder ist ja ich bin noch nicht da noch ein stück aber wenn irgendwas monumente oder sowas hinter die schon machen ja die ja super scheiß wagen da ich voll ich habe hier gar keine mission noch immer nicht obwohl hier das navi ziel hingeht hast du das noch was fehlt denn dir jetzt noch wo hast du noch eine offen das ist jetzt meine letzte die ich habe wo geht denn mein navi ziel hin erbitterter zweikampf probierst du koop na du hast es noch nicht freigeschalten lol muss glaube ich noch eins nochmal fahren cool irgendeines fehlt noch schau mal auf der karte nach welches ist das jetzt keine ahnung das ist das wo mich das navi auch hinlotst weil ich ja die ganze zeit jetzt auf einmal zwei navi ziele habe ja das immer meines und das aber noch was ganz altes nur das ist 86er erfahrungs der fahrzeugstufe das ist ja schon vom jahre schnee dann überspringen gleich einmal oder das ist wo man den schlagen um zu sein gewinnen müssen dass wir dass der v4 wird so ist geplant und jetzt lass mich das ist das dvdv4 wird ja hier habe ich doch gewonnen mit abstand ja das war wieder ein badeende wo es geflogen wird ja das hier könnte auch ein partende werden ah das sollte schneller gehen das sind nur 12 boah mich hat voll ein normales straßenauto von der seite gerammt ja und ich bin dann hinten rein und hab dich gedreht ja ganz voll vergessen aber man kann den crew aufholen das hast du gerade auch mal wieder gesehen ja schon aber ich bin jetzt 400 meter hinter dir ja die holst du aber auch wieder auf mit einer vernünftigen fahrweise wenn ich vernünftig fahr ich riskiere dann meistens so viel dass ich niemandem nachkomme vier sekunden bin ich hinter dir ja ich bin jetzt zwei sekunden hinter dem letzten äh hinter dem zweiten hinter dem dj aber ich habe keine ahnung wieso denn noch hier ist die 180 grad kurve die habe ich doch letztes das rennen habe ich doch perfekt gefahren du gewonnen ja mann ey scheiß inkondition haben halt fünfmal die rennen ist nicht so schlimm gibt geld glaube ich ja geld bringt und und gegenstände halt fahr äh auto gegenstände obwohl die da nicht so viel bringen mehr also ich weiß es nur ein oder zwei punkte also ich bau hier auch gerade wieder ganz gut Puffer nach hinten auf ja ich bin 3a vierter mit meinem 370z habe ich noch nicht ganz verstanden wann ich da äh nitro geben muss weil der fahrt so schnell in den begrenzern ein ja mit nitro zieht er echt durch na meiner hat urschnell durchdrehende Reifen nur mit nitro ja ist glaube ich bei nitro generell so ich werde überhaupt nicht beschleunigen würd dann manchmal mir kommt es vor teilweise ohne nitro bist du sogar besser dran also nur gas gibst ja ich benutze das nitro gerne bei hoher Geschwindigkeit weil dann vermeidest du es eigentlich ziemlich das Reifen blockieren äh blockieren durchdrehen ja aber es wird wieder ein ganz lockerer Sieg hier ja wir sind ja einfach schon ja aber vorhin habe ich den genauso locker abgezogen ja ich war nur da weil es mich da vorher so komisch dreht hat bin jetzt auch vierter und eigentlich komme ich noch schöner an den anderen ran wenn ich nicht gegen die Autos fahren würde da jetzt überholt mich sogar dahinter ja einmal durch ja das war das Rennen was vorhin nicht funktioniert hat hoffentlich synchronisiert das jetzt richtig weil es ist Partende das ist gefährlich nein noch nicht es ist 14 Minuten halt wir haben noch eine Zeit ja aber es ist schon so die tote Zone weißt du die tote Zone vielleicht kannst du nur musst du alle 15 Minuten so ca. immer einmal neu synchronisieren oh sollten wir die Parts auf 20 Minuten ausdehnen oder 10 Minuten nur mehr machen immer nur noch 14 dann habe ich immer eine Minute Puffer so 12 auch schon also ganz locker hier Gold abgezogen ja ich habe Braunsinnah ich bin hier Minus 1 Dailings Haku Sport fahren und Rückkehr zum freien fahren und dann gucken wir mal ob ich jetzt die Mission habe nicht dass ich jetzt alles nochmal komplett neu fahren muss na jetzt möchte ich das aber basteln ich habe das möchte jetzt schon das sein das der Herschel meldet sich die ganze Zeit bei mir ja ich glaube das ist jetzt je nach der nächsten Mission schon ah ja das sollte so sein warte Blitzreise dahin ja na ich würde sagen wir machen jetzt keine Blitzreise mehr wir beenden den Bad hier weil es uns ist wirklich nach der Mission wie das ein dummes Cutting-Dingsbums irgendwas und ich würde sagen wir sehen uns dann im nächsten Bad wieder bis dann tschüss tschüss